Ja, es geht jetzt darum, folgende Gleichung zu lösen. 10 mal e hoch minus 0,5x minus 5x mal e hoch minus 0,5x gleich 0. Das ist jetzt eine typische Aufgabe, wo man nicht substituiert. Warum substituiert man nicht? Vielleicht fällt Ihnen auf, dass wir hier und hier den gleichen Faktor haben. Was kann man da machen? Letzte Reihe. Und was klammere ich aus? e hoch minus 0,5x. Das kann ich ausklammern und erhalte innen 10 minus 5x gleich 0. Das heißt, jetzt habe ich das Ganze ausgeklammert. Deshalb müssen Sie sich bewusst sein. So, jetzt wende ich was an in der Situation. Satz von 0,5x. Und der Satz von 0,5x sagt, ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das heißt, ich muss e hoch 0,5x gleich 0 setzen. Was stelle ich da fest? Ja, das ist nun mal. Dann schreibe ich das ungleich 0 hin. Also das macht keinen Beitrag. Oder 10 minus 5x gleich 0. Und dann addiere ich 5x und habe 10 gleich 5x. Dann integriert durch 5 und habe x gleich 2. Also bekomme ich hier als Lösungsmenge die 2 raus. Wichtig bei der Aufgabe ist, Sie müssen gucken, können Sie ausklammern, ja oder nein. Das ist ja der Fall, deswegen geht das. Wenn nicht ausklammerbar ist, wenn es nicht ausklammerbar ist, dann ist es oft eine Substitution. Nicht immer, aber oft. Fragen dazu? Ja. Da dürfte man auch durch e hoch minus 0,5x teilen? In diesem Fall ja. Aber warum dürfen Sie das? Weil das nie 0 ist. Und das sollten Sie vielleicht da an der Stelle hinschalten. Das heißt, irgendwo sollte das notiert sein. Wenn Sie da ohne Wenn und Aber durchteilen, ich ziehe Sie nicht ab. Aber der Zweitkorrektor sagt dann, hat er nicht gesehen, darf er nicht machen. Teile ihn durch x. Und deswegen empfehle ich Ihnen dringend, das so zu machen. Aber ja, Sie dürfen teilen, von mir aus schon. Sonst noch eine Frage.